Ui K Unabhängig Ähm, lohnt sich das noch? Lohnt sich das nicht? Lohnen, lohnen, nein, aha... Ah! Baum gewachsen. Lohnt sich. Das mache ich noch schnell. Als ich hab. Tempo. Schnell ruhig. Machen. Das sollte mir dringend gleich eine Axt holen. Das braucht echt viel zu lang hier das Ganze. Das muss ich auch noch nach Setzlingen suchen, damit ich hier den Baum nachpflanzen kann. Wenigstens einen sollte ich schimpfen. Ich glaube das war gerade einer. Das ist ein hoher Baum. Ich kann nicht über alle rankommen. Ich wund an, dass ich jetzt die Blätter entferne. Zum einen sieht es blöd aus manchmal, finde ich. Aber eigentlich mache ich das, damit hier ein neuer Baum wachsen kann. Wenn ich noch was sehen würde. Tempo machen. Bis ich noch da schon landen, machen wir direkt von dieser Haustür an. Und dann verkriechen wir uns in unsere Höhle. So, Sand. Ein bisschen Sand sollte man immer schon dabei haben, wie wir gerade die Treppe gesehen haben. Das Fleisch brauche ich erst einmal nicht. Ähm, was brauche ich denn noch? Genau, eine Axt wollte ich jetzt kräften. Dann mache ich gleich eine Steine. Jetzt habe ich wieder Steine dabei. So, Sticks. Und dann mache ich gleich auch noch ein bisschen Bücher. Zwei. Ich bin ein bisschen auf Vorrat. So, und dann legen wir uns schlafen. Und dann morgen, den nächsten schönen Tag, gleich weitermachen zu können. Oh, jetzt habe ich mich erschreckt. Jetzt habe ich mich erschreckt, Schwein. Na, laufen hier gar keine Monster mehr rum. Ah, ich muss gerade... Doch, ich habe auf Normal geschaltet. Ich habe gerade das Gefühl, ich hätte auf Peaceful geschaltet, weil ich hier gar keine Mops sehe, die hier noch brennen. Normalerweise sind wir hier immer eigentlich hier verbrennt. Da ist der Kuiper. Jetzt greife ich an, bevor er verschwindet. Oder? Locke ich ihn ins Wasser? Oder kann ich so schlecht? Schön im Wasser bleiben, bis ich dich umgekocht habe. Yes! Und vielleicht können wir dann Glück haben. Hat er es gedroppt? Ah, schade. Dann hätten wir schon Schießpulver gehabt. Aber anscheinend wollte der uns nichts abgeben. Böse Kuiper. Naja, immerhin haben wir dafür ein bisschen XP bekommen. Das sieht ja auch nicht schlecht aus. Großer Baum, nicht? Ja, ein größerer Baum. Dann kriegen wir später noch ganz viel Holz raus. Und hier ist ja auch schon einiges dazu gekommen. Habe ich denn jetzt hier eine... Hm. Jetzt weiß ich, was noch fehlt. Wir brauchen ja Brot später noch. So. Nachdenken. Gut, machen wir mal Stein. So. Wieder zwei Stück. Damit wir auch genug haben. Sand brauche ich erstmal nicht. Unter anderem ist es glaube ich auch ein Zombie irgendwie. So wie es das anhört. So. Jetzt brauche ich erstmal... Hier, 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 hier. So. Jetzt haben wir noch vier weitere. Das ist schön. So. Dann mache ich mal weiter. So. Vielleicht habe ich das Haus ein bisschen zu klein gebaut. Ich habe irgendwie so das Gefühl... Ich hätte das größer bauen sollen. Naja, dafür können wir ja in die Hülle. Baumgefäden hoch ausweichen. So ist hoch aus so das Häuser. In Deutschland finden wir bestimmt keine Baubenehmung hierfür bekommen. Hm. Aber wir sind hier im Moment ja auch nicht direkt in Deutschland, sondern in Minecraft-Welt. Da darf man alles. Es sei denn auf dem Server. Da darf man nicht alles. Und daran sollte man sich auch halten. So. 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 Hier weiter mal die Brücke. Hier kommen dann später Stufen hin. Und dann bauen wir hier eine Brücke zum Land rüber. Das mache ich jetzt nicht. Oder? Dann komme ich natürlich schneller hier hin. Andererseits können da noch Mobs da hinkommen. Solange ich noch keine Tür da habe. Aber das sollte halt glaube ich ziemlich egal sein, solange es kein Creeper ist. Hm. Das nimmt sich unwirklich, wenn da einer jetzt ist. So. Schön. Gleich. Ist es gerade dunkel? So. Es kam so dunkel vor. So. Hier kann ich auch noch ran bauen, dann ist es ein bisschen mehr fällt. So. Hier könnte ich noch... Ähm. Falsches Werkzeug. So. Habe ich ein paar Sachen übrig und dann hacke ich mal ein bisschen Holz. Hm. Dann hecke ich mal. Ich hecke jetzt Holz. Das finde ich auch mal so toll, wenn sie im Forum schreiben, wie hackt man. Hm. Wenn man bedenkt, das ist vollkommen gleich mit Hacken geschrieben wird. Hm. Hm. Wie hackt man Holz? Hm. 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 Du wirst mir die nun. Dunkel hier unten irgendwie. Wie dicht ist. Ich schlage mich mit meinem Schweinefleisch durch. Hm. 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 Ich will nur sehen, ob hier noch irgendwo Holz ist. Da ist noch Holz. Dieses Mal würde ich den Baum hier auch, glaube ich, hier die Blätter weggehen lassen. Aber die gehen nun mal nicht weg, wenn da noch irgendwo eine Stamme ist. Das mache ich nicht so sehr an großen Bäumen. Dann hätte ich eine Decke drüber bauen müssen. Dann wachsen die nur. So hoch wie man will. So hoch wie man will. Das würde mir ganz gut so eine Baumfarm mit einer begrenzten Höhe. So. Sieht nicht mehr so aus, als wäre hier noch Holz irgendwo drin, oder? So. So. Das war alles. Hm. Ach an diesem Sandblock hier. Hm. Den lasse ich stehen. Wenn jemand fragt, das war ein Enderman. So. Mal sehen. Ich denke, dann werde ich mal... Oh, sieben Stück habe ich gleich bekommen. Ich kann ja hier oben drauf einplatzieren. Oh, acht habe ich bekommen. Ne. Ne. Neun sogar. Nur, dass ich einen schon gepflanzt habe. Hm. Mal sehen, wie ich denn sonst noch hin... Wo kann ich Bäume einpflanzen? Da könnte ein Baum sein. Und... Da könnte man einen Baum hinmachen. Und... Da kann man einen Baum hinmachen. Da kann man einen Baum hinmachen. Da kann man ihn hinmachen. Da kann man ihn hinmachen. Da kann man ihn hinmachen. Das sieht jetzt ein wenig unnatürlich hier aus. Aber... Wie gesagt, wir sind in Minecraft. Da geht alles. So. Dann haben wir später so eine Holzmauer. Ich kann natürlich auch mal so einen Riesenbaum. Ich finde, erstmal sollten wir unser kleines Hauses aufbauen. Das Haus hier weiterbauen. Ja. 48 Holz ist jetzt schon ein bisschen besser. So. Und jetzt mache ich noch mal ein bisschen Stein hier weg. Hm. Und essen geht schon wieder langsam daheim. Das nervt mich ein bisschen, dass es immer so schnell geht. Hm. 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 Hey, ich werde doch auf Peaceful erscheinen müssen. Da bin ich unbegrenzt. Hm. 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 Das wundert mich auch immer wieder aus Zerwern. Immer vergesse ich die Anzeige manchmal. Und dann frage mich, hey, wer bringt mich gerade um? Das ist verwirrend. Gut. Ah, theoretisch hätte man sich jetzt schon längst aufhören. Das werde ich jetzt auch machen, denke ich. Wenn die Sonne jetzt untergeht, höre ich auf. Weil. Und brauche das lange zu bearbeiten. Das werde ich jetzt wahrscheinlich jetzt ganze Folge hochladen. Aber das sind jetzt schon... Eigentlich wollte ich nur 15 Minuten machen. Das sind jetzt schon 25. Ah, wenn man spielt, dann vergisst man echt die Zeit. Das ist mir jetzt ein bisschen blöd. Weil... Zeit ist Geld und ich kann nicht die ganzen... Ich kann nicht jeden Tag die ganze Nacht an den Computer laufen lassen. Das ging gestern einmal. Deswegen... Baue ich jetzt glaube ich noch ganz wenig. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen mehr Bohnen, damit man hier nicht gleich runterfällt. Und danach verabschiede ich mich auch schon. Ich glaube, ich gehe jetzt schon zurück ins Haus. Wird schon langsam dunkel. Und freue mich aufs nächste Mal. Wann auch immer das sein wird. Ich habe jetzt erstmal vor, ein bisschen abzuarbeiten. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.